Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein in den letzten Kampf. Spieltag gemacht. Wer ist hier der wahre Stroll? Ich gehe gegen Hexerus, Dragonclaw, Massacre, Paik vs. Nomni. Wir gucken aus Nomni's Perspektive. Let's go! Let's go! Keine Kills für Dragapult. Keine Kills für Dragapult. Warte mal. Kima hat relativ viele Kills gerade geholt, ne? In dem Denzel-Match. Hm. Hm. Na gut. Weiß ja noch nicht, ob ich das so fühle. Hallo zusammen und willkommen zum achten Spieltag der NPBL Season Nr. 6. Es geht heute ran gegen den lieben und guten und alten Paik. Ja und was soll ich sagen? Ich bin super, super aufgeregt. Okay. Eventuell gab es auch gerade schon ein kleines Popa und ich musste, Dennis, darf Dennis, meinen Retter, noch kurz bitten, mir die Pokémon zu gönnen, weil meine... Stomni, hast du gerade Gönnen gesagt, statt Gönnen? Meinen Retter, noch kurz bitten, mir die Pokémon zu gönnen, weil meine Zucht-Bots, Gönning-Bots, nicht mehr mitgespielt haben, wie ich das wollte. Auf Deutsch heißt es ja Gönnen, ne? Auf den letzten Drücker ist natürlich immer das Beste. Deswegen da nochmal, Dennis, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Hilfe. Bisschen Cringe-Bots, weil ich Angst hatte, dass ich das nicht alles mehr rechtzeitig hinbekomme. Ja, ja, jetzt hör auf, wieder deine Lebensgeschichte zu erzählen, like a Marsel. Wir gucken uns jetzt an, was sie denn hier heute mit dabei hat. Teambuilding habe ich nicht gesehen. Gar keine Ahnung. Wir sehen aber, ähm, Inteleon mit Fogusgurt. Wir sehen Electragon mit Lebenorb. Wir sehen Capoeira mit der roten Karte. Wir sehen Offensiv-Westendumbo. Wir sehen Schwächenschutz Burios. Das heißt, wir können mit dem Eissplitter auf Inteleon rechnen. Und wir haben Anti-Stahl-Bären, äh, Broccolos mit dabei. Okay, also soweit erstmal keine großartige Überraschung. Außer die Anti-Stahl-Bäre vielleicht, die gegen Lucario durchaus Sinn macht. Ähm, gegen den Rest geht so, ne? Kann als Coverage mal mit dabei sein. Aber muss nicht unbedingt. Okay, und genau die beiden sind natürlich auch da. Ich schreibe es mir nochmal schnell auf. Katapultra. Ähm, Capuriki. Any-Prozent kommentieren. Nidoqueen. Also es ist Any-Prozent kommentieren. Nidoqueen. Zubiris. Das Masel und Schlagbaum. Lucario. Warte mal, haben wir keine Musik? Und Pantifrost. Wir haben einfach keine Musik, oder? Äh, bei, bei, bei Pake auf jeden Fall. Katapultra, Capuriki, Nidoqueen, Zubiris mit Strolch. Ne, war ja auch schon hier. Wer ist hier der wahre Strolch? Mal gucken. Ähm, Lucario und Papantimos. Keine Musik, auch im Kampf nicht. Ähm, na gut. Dem schaffen wir Abhilfe, würde ich sagen. Let's go. So, okay. Das predikten wir jetzt. Also würde ich jetzt predikten, hier die Kombination mit Katapultra, Capuriki direkt im Lied, will er böllern. Dann muss ich hier mit Dummus und Mama und Rufi reingehen. Da war jemand auf schnell, schnell aus. Das könnte ich, glaube ich, eigentlich machen. Weißt du, dass du mir zumindest letzte Woche sehr viel Stress hattest. Wir haben ja auch schon gekämpft. Ich könnte auch versuchen, was mit der Elektrogon-Sandsturm-Strategie zu fahren. Boah, ich bin mir wirklich nicht so schlüssig. Sandsturm-Strategie. Ich glaube, wir gehen hier aber rein mit Dummbus, Mama und Goofy. Dann würde ich sagen, damit fahren wir erstmal ganz okay. Ja, jetzt diese Woche, ja. Aber um den Skiurlauben in Neuen zu können, muss man natürlich erstmal ein bisschen vorproduzieren. Dann hätten wir aber die Beere, hätten wir die AV drauf, die Offensivweste. Und was packen wir dann noch in the Bag? Ich glaube, Goof, Morg und Happier sind erstmal nicht verkehrt. Im Sandsturm sind wir, wie gesagt, schneller als alles. Ist natürlich blöd, wenn er sich in der Dynamax genug Speedboosts holt. Aber wir versuchen es jetzt erstmal. Okay, also Sandsturm-Electrogon, finde ich sehr, sehr nice. Macht gegen Pax super schnelles Team auch Sinn. Also es gibt nicht viele Leute, die gegen Pax Team den Speedboost eingehen können. Aber Sandsturm-Electrogon ist eine der wenigen Möglichkeiten dafür. Ich weiß gar nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Also wir schützen uns vor Prio-Attacken. Und wenn meine Recherche richtig war, dann funktioniert das auch gegen Streuch-Attacken. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Und genau die Taktik kommt auch perfekt. Das ist sehr, sehr gut. Okay. So, wir gehen mit dem rein. Wir haben hier keinen Bedroher drauf, weil ich Angst hatte vor seinem. So, was haben wir? Zubiris und Katapuldra. Kann halt direkt Mogelib kommen, kann halt direkt Irrlicht kommen. Man kennt das. Das ist der Kramor, genau. So, was nennt sich fordert und aufschiedet. Das heißt, ich würde hier ganz gerne in die Dynamax nehmen. Richtiges Happier-Tassel. Ist ja auch Happier. Und für deiner Zauber auf Zubiris. Und Happier ist ja nur eine Kopie von Happier. Ich möchte Katapuldra erst mal stehen lassen. Und wird ja auf Katapuldra jetzt protektiv. Immer noch stark so? Keine Frage. Aber natürlich nicht Happy. Ich glaube, ich würde ganz gerne Zubiris erst einmal weg haben. Jeder, der von Produzieren muss, ist im Stress. Ich habe noch nie gehört, dass jemand schon Wochen vorher alles vorproduziert. Ich weiß nicht, ob es der Play ist, jetzt Katapuldra oder so stehen zu lassen. Bin ich ehrlich. Ich glaube, Daudi hatte mal so übelweit vorproduziert mit allem. Moment, ich überlege nochmal. Ich will das wirklich machen. Rapid-Schutz ist drauf, okay. Oder will ich hier nicht einfach für Katapuldra gehen? Protected der vielleicht. Mit Rapid-Schutz verhindert man ja Prius und damit generell streue ich ein Röpfchen. Das ist strong. Ich glaube, ich müsste das Zubiris erst einmal weg haben. Ich glaube, der macht das so. Rapid-Schutz, strong Idee. Ja, Dynamax. Ja. In Game-Star haben wir auch gar nicht, ne? Ich hoffe, dass das mit Rapid-Schutz funktioniert, ne? Ich hoffe es so sehr. Kennt ihr dieses Problem, wenn ihr etwas sehr oft gesehen habt und ihr die Geräusche seht? Habe ich gerade erst heute so ein witziges Meme in Anführungsstrichen zu Dragon Ball gesehen, wenn du einfach nur so Freezers Füße siehst und dieses Quietschgeräusch einfach dadurch siehst. Also du siehst nur Freezers Füße, für alle, die Dragon Ball Z kennen. Und du hörst dieses Quietschgeräusch, wenn Freezer auftritt. Und das gleiche habe ich bei der Dynamax gerade. Ich kann nicht sagen, ob hier Sound ist oder nicht, weil ich höre diesen Sound ganz, ganz unterschwellig. Ich weiß aber nicht, ob ich das wirklich höre oder ob ich das sehe. Ich hoffe, dass das mit Rapid-Schutz funktioniert, ne? Ich hoffe es so sehr. Ich glaube, ich höre nichts. Katapuldra. Hast du einen Flammenwurf drauf? Doch, 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 doch. Ich glaube, minimal, ja. Ist es der Play, Katapuldra hier einfach stehen zu lassen? Ich bin mir nicht so sicher. Wir gehen auch in die Dynamax. Vielleicht hätte ich auch für Katapuldra gehen sollen, aber für Katja... Das ist das Schlimmste, was das angeht. Ich bin ehrlich, hätte ich vielleicht dieses Tobias stehen lassen sollen, weil ganz ehrlich, mit dem Rapid-Schutz... Ich höre bei jedem deine Maxi-Musik, die du eingeführt hast. Hoffentlich nichts. Könnte vielleicht auch einen schwächenden Schutz von Katja... Katja, die Naraja ja auch super strong unter das Nomis-Führung. Boah, ich bin mir jetzt echt unschlüssig. Ich bin gespannt, was hier passiert. Wir versuchen jetzt, die Streuchertragung mit Rapid-Schutz abzublocken. Sehr strong. Und, 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 und... Ja, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Okay, geiles Ding. Finde ich cool. Und deine Worm kommt und... Ist natürlich genauso nervig, weil es den Angriff auch nochmal droppt. Okay, auf den... Das leben wir auch noch, das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir kriegen noch einen Sucker Punch raus. Okay, das heißt, er hat eine Drachen-Attacke. Aber auf minus eins. Ich habe ja doch echt viel Schaden gemacht, ne? Ja, rote Karte bringt halt nichts gegen deine Worms. Okay, das funktioniert natürlich nicht mit der roten Karte. Ähm, ja, ich hatte die drauf. Ich wusste nicht, was ich sonst draufpacken will. Deiner Zauber. Boah, killt fast. Hat der einen Sash? Hat der einen Sash? Der hat einen Sash. Okay. Okay, crazy. Auf minus eins sogar. Das hätte ich nicht unbedingt erwartet. Sash, okay. Das schreiben wir uns auf. Das ist wichtig. Ja, jetzt ist halt die Frage, was willst du machen, ne? Willst du Rapid-Schutz machen, um den... Äh... Um das neue Irrlicht abzufangen? Hm, gehst du davon aus, der geift an? Und willst du das mit Tiefschlag kontern? Willst du mit Tiefschlag auf Dragapult gehen? Was machst du mit Patina Raja? Weil wenn du Rapid-Schutz einsetzt, musst du ja für den einen KP auch zu Iris gehen. Wobei, nee, jetzt... Quatsch, 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 Quatsch. Du brauchst ja gar nicht mehr Rapid-Schutz, um Irrlicht abzufangen. Jetzt ist ja das Nebelfeld draußen. Dann können wir hier, glaube ich, nicht für... Können hier auf jeden Fall nicht für Zucker-Punch gehen, weil der wird ja wohl vor allem Späulgertagen haben, ne? Macht auch gut work. Extrem, 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 ja. Aber als er den gedraftet hat, dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich ganz cool, aber wirklich überzeugt war ich von dem nicht. Ich denke, ich gehe jetzt hier einmal für die physische Death und ich gehe hier einfach nochmal für Rapid-Schutz. Der gefällt mir jetzt noch nicht so richtig, richtig gut. Ganz einfach, weil ich es mir nicht erlauben kann, dass... Mehr als Brokkolos, muss ich sagen. Und ich glaube, Patina Raja ist so Tier 4, 5. Das wird so Tier 4, 5. Ich setze hier sowieso jetzt, äh, was anderes ein. Aber besser? Dass er jetzt denkt, okay, wir haben... ...attacke hat, um uns anzugreifen kann. Kann es aber noch sein, dass er keine... Okay. Also sie geht jetzt davon aus, dass da jetzt irgendeine andere Status-Attacke kommt, ne? Statt Irrlicht. ...attacke hat, um uns anzugreifen. Ich glaube, an das Feld denkt es noch nicht. Kann auch sein, habe ich jetzt nicht genau zugehört, ob sie Irrlicht genau genannt hat, aber... Das kann sein, dass er jetzt denkt, okay, wir haben Rapid-Schutz, ähm, ich setze hier sowieso jetzt, äh, was anderes ein. Und er setzt trotzdem Streuch ein oder er... Ja. Schattenstoß. Ja, funktioniert auch nicht. Perfekt. Das ist auch ne Prio. Er triggert hier gar nichts, weil das auch ne Prio ist. Gott, okay. Aber was macht du, muss Mama jetzt gehen? Du musst Mama jetzt auf Katapultra, weil das bringt ja wahrscheinlich nicht sonderlich viel auf Minus 2. Das ist beides gut. Er steigert nicht seine Verteidigung. Wir leben mit Rufi noch ne Runde, das ist auch wichtig. Ja, Def wird wieder erhöht. Okay. Das sieht mir auf jeden Fall so aus, als hätte der keine andere Attacke außer ne Prio-Attacke. Und das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. Ich denke auch nie an die Effekte vom Feld. Okay. Kann man vergessen, aber... Das ist die Frage. Ich würde jetzt Snomni hier gar nicht mal in den Mund legen, dass sie das Feld gerade vergessen hat. Weil ich nicht genau zugehört habe, was sie gesagt hat. Und sie hat gesagt, vielleicht hat der nur andere Attacken. Ähm, die, die auch Prio sind quasi oder so. Oder die, die uns nicht treffen. Irgendwas in die Richtung. Hat der einen Schwächenschutz? Wenn der einen Schattenstoß hat... Kann es sein, dass du nicht ans Ehrleicht... Dann riech ich da doch sowas von Schwächenschutz drauf. Komm, das kannst du mir nicht erklären. Äh, nicht, ähm... Kannst du mir nicht vormachen. Ich meine, warum soll er sonst einen Schattenschutz drauf spielen? Was hat er noch dabei gehabt, was... Was einen Schattenstoß fressen könnte für die... Na, ich predikte einfach mal den Schwächenschutz da drauf. Und möchte ganz gerne... Jetzt nochmal eine spezielle Verteidigung steigern. Macht das überhaupt Sinn? Gehe ich für die physische? Oh, wird der speziell, wird der physisch... Ich weiß es. Hat sie irgendwas gesagt? Mit Schwächenschutz oder sowas in die Richtung? Nicht. War gerade abgelenkt. Und hier gehen wir nochmal für Rapidschutz. Ich hab da gar keinen Bock drauf, mein Lieber. Weil, äh... Dann Subiris kann man ja verstehen, dass ich hätte von vornherein auf... Ich glaube, hier wäre ich für Tiefschlag jetzt gegangen. Aber ich glaube, ihm bringt Subiris da halt gerade gar nichts. Und wir sehen, keine Prior-Tage gekommen, ne? Der hat Schmarotzer. Da wäre jetzt natürlich ein Tiefschlag nochmal sehr geil gewesen. Also, übrigens Subiris da jetzt halt in dem Fall gar nichts, weil... Der steht da, der kann keine Prior-Tage... Und ich denke, Tiefschlag wäre auch ganz geil gewesen, weil... Ähm... Du bist schneller als Schattenstoß, du bist schneller als die Prior-Attacken. Das heißt, auf Katapultra nochmal Damage rauskriegen. Jetzt kann er wieder eine Prior-Attacke einsetzen. Funktioniert Tiefschlag im Nebenfeld? Klar. Das ist Psycho-Feld, was du meinst. Ja, und der ist live. Ob das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Live. Kannst du Cam nach unten rechts machen? Okay. Yes, Sir. Was ist passiert? Der hat Knock gedrückt, oder? Was hat Capoeira jetzt gedrückt? Der offensiv fest ist weg. Was ist passiert? Der hat Knock gedrückt, oder? Oder Trick? Was ist passiert? Live. Oh. Okay. Ja, war Knock-Off. Okay. Gut. Der hat Knock-Off gedrückt. Steal nochmal. Knock, okay. Wir gehen jetzt mit Goff-Mock rein, um uns den Sandsturm rauszuholen. Ja. Ich muss ein bisschen besser aufpassen, was hier passiert. So, Aufnahme läuft auch. Immer noch. Sieht gut aus. Ich habe noch ein bisschen Angst gehabt, wenn ich ehrlich bin. Beim letzten Mal gab es ja da was. Der Sandsturm natürlich sehr wild jetzt, weil Tobias dadurch einfach stirbt. Den haben wir jetzt drin. Dynamics ist vorbei. Ehrlich, den kann er nicht. Schattenstoß bringt nichts. So weit, so gut. Abschlag kann er nochmal drücken. Okay. Aber ich glaube, das wäre okay. Er kann jetzt das Wetter erst einmal nicht ändern. Ich würde jetzt hier für Knuddler auf, wie killt denn das jetzt? Denke ja, auf Minus 2. Steinhagel vielleicht lieber. Er stirbt doch eh durch Sandsturm. Oh. Und ist eh schneller als beide, glaube ich. Ich versuche es mal. Das ist auch interessant. Paik ist jemand, der super kill switcht. Ich glaube, von allen, die hier mitspielen, switch Paik mit am meisten. Oder wie es laufen wird. Okay, Drachenpfeile. Boah, hätte ich. Aber ich weiß, dass ich gleich einsetzen werde. Das macht hier gar keinen Schaden drauf. Bei Dummbus Mama auch nicht. Der ist auf jeden Fall physisch. Drachenpfeile. Drachenpfeile. Abschlag kommt nochmal. Abschlag kommt auf den. Das ist okay. Boah, das macht so viel Damage, ne? Was ist mit diesem Tobias? Das ist offensiv. Und trifft auch. Und reicht auch aus. Das ist ein Kill für Dummbus Mama. Mal wieder. Okay, jetzt muss der Steinhagel natürlich noch treffen. Bitte trifft. Und der trifft auch. Und ein Kill für Goffmock. Das ist wunderbar. Wäre so oder so eine gewonnen. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Das Tobias ist auch full attack invested. Ja, das dachte ich mir schon fast. Oh, Grüße gehen raus an Flo. Warte mal, bin ich das? Geht. Wir könnten Arceus. Gut zu wissen. Okay, Kapuriki kommt rein. Dann können wir genau zurückverfolgen, wann sie gespielt hat. Weil so viele Arceus haben wir in letzter Zeit nicht gemacht. Hm. Hm. Welcher Kampf, Alter. Letzter. Bloxen. Mhm. Letzter. Und der kommt noch. Und Nidoqueen, ja. Bloxen. Danke. Für den. Preps up. Okay. Das kann noch sehr, sehr gefährlich werden. Bin ich ehrlich mit euch. So, du musst nochmal, wie geht es wahrscheinlich sterben? Ja, Nidoqueen und Kapuriki. Jetzt muss ich überlegen, was ist mein Play? Ja. Wir müssen auf jeden Fall einen von beiden rausbekommen. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich denke, Elektragon. Ich sag mal so, Schockschnabel sieht gegen beide nicht sonderlich geil aus. Aber Boden. Kann eher. Geil aus. Nidoqueen-Hände. Aber beide sehen auch so aus, als könnten sie jeden Moment sterben. Ich glaube, was ich probieren würde. Oder würde ich das probieren? Ich habe gerade irgendwie daran gedacht, Rundumschutz einzusetzen. Aber warum? Eher nicht, ne? Wahrscheinlich. Ich denke, da hat... Ich versuche jetzt hier mit Kärlstärke auf den Jungen zu gehen. Ne. Und Zauberstein macht ja keinen Sinn. Oh, jetzt ist hier die Frage, ne? Wir haben beide schneller. Dumbo's Mama dürfte, glaube ich... Kann ich hier verlerbt dem gehen? Oder nicht? Boah, stimmt der durch einen Donnerblitz? Ja, von beiden war schneller. Uff. Das muss ich wissen. Moment, ich muss das schnell nachschlagen. Tut mir leid, Leute. Ich glaube, das schaffst du nicht. Das ist noch nicht. Dumbo's Skowmok hat einen Speed von 68. No, nee. Und Dumbo's Mama hat einen Speed von 69. Okay, das heißt... Oh. Okay, akzeptieren wir das einfach. Ich habe vergessen. Oh, Splitmok hätte sich verhindern können. Mit Rundumschutz tatsächlich. Ich glaube, beide sterben jetzt noch. Ah, okay. Ich hätte da Protektion sollen. Aber wie krass ich so im Gefühl hatte, Rundumschutz ist jetzt der Play. Und dann habe ich darüber nachgedacht und mir gedacht, hä, warum? Macht ja gar keinen Sinn. Aber Rundumschutz wäre es einfach gewesen. Dann hätte Patina Raja hier noch einen Hit raushauen können. Den Legtragon potenziell gebraucht hätte. Wobei ich sage, Nidoqueen und Riki haben beide sehr, 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 sehr gute Chancen gegen Dragopult zu gewinnen. Äh, gegen... Draco soll. Gegen Legtragon. Ähm, hat Katapult 3 eigentlich einen Kill geholt? Gegen Capoeira, ne? Glaube ich. Legtragon gegen beide. Und jetzt ist natürlich die Frage, von wem können wir eher was überleben? Das ist gut, wenn der nur einen Kill erstmal hat. Oder? Tja. Aber dann kann ich auf jeden Fall nachher für... Moment, ich muss mir jetzt aufschreiben, Erdkräfte. Erdkräfte, Gott, ich bin noch ein bisschen lost. Und Pegg darf hier nicht protecten. Erdkräfte und Ladungsstoß. Pegg darf hier eigentlich nicht protecten. Okay, wir gehen jetzt in Legtragon rein. Von wem können wir eher was überleben? Das Ding, der hat jetzt halt kein Übereifer-Damage mehr, ne? Nidoqueen. Glaube ich. Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir können eher was von Nidoqueen überleben. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Welt einen Zauberschein von Coco überleben können. Ich sage, Coco überschätzt man gerne, was den Damage-Output angeht. Also der ist nicht schlecht. Aber Coco hat gar nicht so einen guten Spezialangriff. Meine ich. Ähm. Nidoqueen auch nicht, aber Nidoqueen hat rohe Gewalt obendrauf. Und was Coco so strong macht, ist meistens das Elektro-Feld. Ich hätte gesagt... Ich hätte gesagt, sie überlebt eher von Coco als von Nidoqueen. Ähm. Kommt aber darauf an, ob Nidoqueen offensiv investiert ist, ne? Coco hat nur 95er-Base. Ja, und Nidoqueen irgendwie 90er. So in dem Dreh. Und dann rohe Gewalt noch obendrauf. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei Coco life-off hat, ist es ziemlich even. Coco hat er life-off? Ich glaube, wenn wir was überleben, dann eher von Nidoqueen. Ich denke, Dragapult hat life-off. Aber ob wir da was überleben, ey. Puh, das wird hart werden. Oder hat er Dragapult was gemacht? Das wird sowas von hart werden. Ich bin ja erinnert mit euch. Ob wir das überleben können? Ich glaube. Ich glaube nicht. Ähm. Ja, er wird jetzt auf jeden Fall checken, dass wir entweder Gewalt sein werden. Ja, dann gibt es Queen nur 75, aber Ruhe Gewalt macht halt aus. Okay. Nur 75 sogar. Ich bin, ich weiß es nicht. Aber dürfte Queen, glaube ich, trotzdem noch stärker sein und ticken. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen wahrscheinlicher, Riki rauszunehmen, weil der unwahrscheinlicher defensiv ist als Nidoqueen. Deswegen hätte ich, glaube ich, Riki angegriffen. Wir treffen auch. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht killt. Das killt zum Glück auch. Weil vielleicht ist Koke irgendwie gechoiced oder weiß ich nicht. Das kann natürlich auch sein, dass der irgendwie war. Ich muss so ein bisschen mal hoffen, dass der gechoiced ist. Ja. Ja. Okay. Der ist gechoiced. Oh, Junge, das war wichtig. Das war wichtig. Uff, der ist auf jeden Fall aus von gechoiced. Der scheint gechoiced zu sein. Choice, okay. Sandstum ist auch noch draußen. Oh mein Gott. Also wenn er wirklich, also, ja, jetzt ist ja, ja doch, jetzt gewinnt sie. Papier? Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Ja. Kill, 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 kill. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uff, das war ich. Sau strong. Okay. Wieder sehr, sehr stark gespielt. Letzten Spieltag schon. Ähm. Als sie hinten lag. Richtig, richtig gut reagiert. Ich denke, also, wie gesagt, ich glaube, Nidoqueen macht mehr Schaden. Äh, ja. Stimmt, sie hat ja auch Nidoqueen gerade angegriffen, ne? Aber, ich glaube, Nidoqueen macht mehr Schaden. Aber es war so oder so der richtige Play, weil eben die Chance besteht, dass Coco irgendwie, irgendeine Art und Weise gelockt sein könnte. Ich wollte erst, ich wollte erst auf Coco gehen, ne? Ich wollte erst auf Coco gehen. Zum Glück habe ich das nicht getan. GG-Pick. Erstes Game. Sehr, sehr stark. Haben wir gewonnen. Leck-Tragern im Sandsturm. Wer hätte das gedacht? Deine Alta. tur ED